Servus liebe Leute, ich bin's nochmal. Was braucht ihr für Samstag? Für Samstag haben wir uns was Spezielles überlegt, das hatte ich gestern im letzten Workout schon angedeutet. Wir wollen am Samstag mal mit Gewicht trainieren. Ihr braucht dazu einen handelsüblichen Rucksack, ganz normaler Größe. Ihr braucht als Gewicht PET-Flaschen, je größer desto besser. Vermeidet ihr Glas und ihr braucht letztendlich einen Packen an Handtüchern, mit denen ihr um die Flaschen herum den Rucksack auspolstern könnt. Die Flaschen sollten sich so wenig wie möglich innerhalb des Rucksacks bewegen, weil ihr trainiert nicht nur mit dem Rucksack auf eurem Rücken, sondern ihr führt ihn auch in der Hand bzw. um den Körper herum. Das wird mit Sicherheit wieder eine coole Sache. Jürgen und ich freuen uns auf Samstag. Genießt den morgigen Feiertag. Bis Samstag.